Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bald endet der diesjährige Ramadan. Den Fastenmonat konnten Sie wegen der Pandemie schon nicht so wie gewohnt begehen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen für die Einhaltung der Regeln und Hygienekonzepte in den Moscheen danken. Ohne Corona würden Sie zum Ende des Fastenmonats das Ramadanfest groß feiern. Mit viel Familienbesuch, mit Freunden und Nachbarn. Doch auch das macht das Virus schon zum zweiten Mal unmöglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberhausen ist deutlich niedriger als vor einigen Wochen. Das ist gut. Damit das so bleibt und sich der Trend weiter fortsetzt, müssen wir aber leider weiter unsere Kontakte einschränken. Und deshalb bitte ich Sie herzlich, dieses Opfer trotz des wichtigen Anlasses ein weiteres Mal zu bringen und das Ramadanfest nur mit den Angehörigen Ihres eigenen Haushalts zu feiern. Helfen Sie dabei, die Ausbreitung des gefährlichen Virus in unserer Stadt weiter zu bremsen. Soviel uns die Pandemie seit mehr als einem Jahr abverlangt, wir machen auch Fortschritte, zum Beispiel beim Impfen. Je mehr Menschen geimpft sind, desto größer ist die Chance, dass wir Feste bald wieder annähern, so feiern können wie früher. Darauf hoffen und daran arbeiten wir alle. Denn wenn uns die Corona-Pandemie eins gezeigt hat, dann ist es das, am meisten fehlt uns der Kontakt zu den Menschen, die uns wichtig sind. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und die Opfer, die Sie wie viele andere Oberhausenerinnen und Oberhausener in der Ausübung ihrer Religion für die Allgemeinheit bringen. Bayram Enes Kutlu Olsun, ich wünsche Ihnen ein frohes Ramadanfest.